Musik In vielen Gesprächen berichten mir Menschen, dass sie einfach in ihrem Leben in einer Situation stecken, wo es dunkel um sie ist, wo sie keinen Ausweg wissen, wo sie nicht wissen, wie der nächste Schritt aussehen soll. Sie sprechen davon, dass sie einfach keinen Plan haben, wo es weitergehen kann oder wo Gott möchte, dass sie weitergehen sollen. Aber oft ist es so, wenn ich dann nochmal nachfrage, wie ist das denn mit der Beziehung zu Jesus, wie ist das mit Gott in deinem Leben, wie ist das mit dem Wort Gottes in deinem Leben, dann kommen oft Antworten wie, das Wort Gottes ist mir zu anstrengend, das ist mir zu mühsam zu lesen und ich verstehe das auch alles nicht so und eigentlich habe ich auch so wenig Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Der Alltag und die Sorgen und die Probleme und das belagert mich oft und in meinem Denken ist gar kein Platz für das Wort Gottes. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn es dunkel ist, wenn dieses Gefühl der Dunkelheit, dieses Nichtwissens ständig als Begleiter wie neben einem hergeht. In der Bibel lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Sein Wort ist eine Leuchte, ist etwas, was dir den nächsten Schritt hell machen will. Sein Wort, das Wort Gottes ist ausgesandt, etwas in deinem Leben zu bewirken. Es ist ausgesandt mit einer Botschaft, dass es in deinem Leben vorwärts geht, dass sich Dinge verändern. Aber es ist ein Wort, was einen nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt in deinem Leben hell machen will. Eine Leuchte. Gott hat dir sein Wort gegeben, dass dein Weg heller und heller und heller wird. Dass du diesem Wort folgen kannst, weil es die Agenda Gottes in deinem Leben ist. Ich möchte dich sehr, sehr, sehr ermutigen, wieder neu an das Wort Gottes zu gehen. Lass dir dieses Psalmwort wirklich im Gebet durch den Kopf und durch dein Herz gehen. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir erklärt, was er damit meint. Wo der nächste Schritt lang geht. Wo er sein Wort dir aufschließt. Wir lesen in einer anderen Bibelstelle und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Betrachte diese Psalmworte, diese Bibelworte mit einem Verlangen im Herzen, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und du wirst merken, je mehr das Wort Gottes in deinem Leben Raum gewinnt, umso heller wird es in deinem Leben werden. Und du wirst in den dunklen Situationen, durch die du gehst, es wie eine Lampe, wie ein Licht, wie eine Leuchte wirklich erleben. Dass es den nächsten Schritt hell macht. Dass es diese Dunkelheit aufhebt. Dass diese Bedrängnis und dieses Eingeschlossensein, dieses Nicht-Wissen, wie es weitergeht, wirklich aufhebt. Das ist eine Verheißung aus dem Wort Gottes. Lebe verheißungsorientiert. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Lebe verheißungsorientiert. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!